Stadt! Stadt! Ja, dann gucken wir mal, was haben wir denn in der Stadt? Der Luna Park, ehrlich! Das Lied habe ich auch geliebt. Hey, schau mal, da ist das Poster von dem Rennen, das wir heute gewonnen haben. Komm da! Komm da, ich jage meinem Geld hinterher. Wow, der Hauptpreis für die Gewinner war ja eine ganz schöne Summe. Was? Also ist Tango schon wieder mit meinem Geld abgehauen, dem haue ich eine Delle in die Gewürzgurke. Wolltest du nicht sowieso den Gesichtsärger eindrücken? Ja, aber jetzt bin ich so sauer wie ein eingelegter Hering. Hey Leute, habt ihr es gehört? Die beiden jagen die Chef. Wie nehmen wir uns vor? Ja, dann probieren wir das. Oh, schon wieder. Ja, es ist ein Beat'em ab. Ja. Ne, mach ich nicht den Versuch, den glücklichen. Ja. 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 Was für ein Tritt. Miami Beach. Ja. Wollen wir mich noch einmischen. Halt, ihr darf nie mal durch. Sagts höher. agentum und ich bin das gesetz ein pick up hat angst und schrecken in der stadt verursacht wir wollen gerade diese kreuzung ich schau mal das gerüst denkst du dasselbe wenig wenn du vorhast darauf zu klettern dann wahrscheinlich nicht warte ich habe eine idee ich will mal ob du hier hochschrecken kannst du musst mich bestimmt halten weil ich nicht so gelenkig bin ich bin klar hol dich so ab das ist von dir ach das sieht aus und wieder auf die mütze jetzt hat er seine bohnen gefressen alles gut durch die eine gelöntet wird ich wollte ein dach schmeißen ich kann mit der tür aktivieren hier schade jetzt lasst du die fahne fallen Was ist das ein neues Bier? Das ist der Pickup mit dem das Mädchen entführt wurde. Das ist der Pickup mit dem das Mädchen entführt wurde. Vielleicht verstecken sie den hier drin. Lass uns mal reingehen und nachsehen. Entschuldigung? Du brauchst gar nicht so nett sein. Der Pickup hat unser Geld entführt. Und ein Mädchen. Und ein Mädchen. Hast du gesehen, wer gefahren ist? Wo sind die hin? Oh je, scheint wohl gleich richtig ernst zu werden. Moment, ich hole schnell den Geschäftsführer. Herr Tango, Hilfe! Ich werde von einem Riesenkerl bedroht. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Krüppel. Ich kann nicht wegrennen. Ja wirklich? Nur mal sehen, ob der Taube mich so versteht. Warum zum Teufel reagiert er nicht? Lass ihn doch in Ruhe. Er ist außerdem noch dumm obendrein. Wen nennst du dumm? Da kommt sie! Oha, das war ein Move. Oh, die Sonnenbrille vom Schädel. Die sind ein bisschen härter hier. Hm, teilweise stecken die ganz schön rein. Ah ja, ich glaub da muss man. Oh! Ah geil! Die Schellen sind so schön. Alter, wie im Film, aber bei beiden, ne? Es ist so herrlich gemacht. Mit Liebe, kann man so sagen. Auf jeden Fall. Und dafür, dass es ja eigentlich ohne. Jetzt muss man uns, glaub ich, wieder verstecken hier. Du, äh, ja. Achso. Und dann liegt noch mehr genug. Ah, okay. Einfach den mal ein bisschen in die Schnauze drücken, das ist das Obst. Ja, Vitamine sind gesund. Hier ist aber eine normale. Ne, wahrscheinlich nicht. Oh, schau. Jetzt kommen wir nicht durch. Was ist denn da durchgekommen? War hier unten? Kommt wir nicht durch? Mach das mal eben, ne? Ohne Witzigkeit kommen wir nicht durch. Ich helfe dir gleich. Irgendwie, also ich versuch's. Vielleicht sollst du auch nicht durch. Sorry, vielleicht sollst du von hinten, weißt du? Vielleicht auch. Will man jetzt? Ne, das geht nicht. Ich bin gefangen. Ich geh mal weiter. Vielleicht hilft das. Nein. Geh mal unten links. Ah! Witzig, echt. Das ist so ein Bier für dich. Das ist so bescheuertes. Ich geh mal wieder ein bisschen zurück, dass sie rauskommen können. Da haben wir halt einen Ohrenbruch. Ja, ehrlich. Sehr schön. Ui, wird immer mehr hier. Gib uns das Geld. Gib uns das Mädchen. Schaut sie mir aus den Augen. Oh, schmeiß mit unserem Geld. Unglaublich. Oh. Schaut sie mir aus den Augen. Ich glaube und deswegen... Alter, da ist noch einer. Jetzt hol ich das. Genau hier. Umso stärker werden sie ja. Ja. Ich würde nicht direkt reingehen, darf? Sag ich mal. Einmal einen zur Zeit, oder? Oh. Ja, ja. Bist du mich gleich weg? Ja, das sehe ich auch gerade. Oh, ich bin gleich weg. Du musst mich helfen. Ja, ich... Weißt du? Warte, warte, warte. Danke. Bitte. Echt jetzt? Zack! Ich will mal kurz... Schnaufen irgendwie, aber es geht gerade nicht. Nö, nö. Die hauen uns ganz schön die Mütze ein jetzt hier. Also... Willi, ich werde sie nicht gewinnen. Oh. Sag mal. Müssen wir die vielleicht doch da mal legen? Den Boss und so? Weil der... Der wirft uns immer weiter. Weiß ich nicht. Ja, müssen wir glaube ich. Aber ich bin gleich down. So wie jetzt. Ich kann den irgendwie noch mit bauen. Dann müssen wir erstmal die hier. Da kann man die beiden großen machen, glaube ich. Aber ich stehe da irgendwie auf. Ja, das sind ja noch 7000... Dann ist das Geld. Ah, so lange. Also die verschleudern jetzt unser ganzes Geld. Ja. Da haben sie mich vermutet. So. 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 Oh, dann mach ich dich mal schnell wieder fit. Oh. Oh. Die hauen auch ganz schön rein, ne? Also... Ja. Sagst du mal so vom... Du magst mich mal kurz erzählen? Ja. Ich bin nur auf weg. Ich versuch's. Oh nein, nein, nein. Nein. Oh. Da haben sie mich verprügelt. Oha. Bessere Idee? Eigentlich nur? Eigentlich nur, ich kann rühren. Am Anfang gleich. Okay. Auch so zu kommen lassen. Mhm. Ja, schaffst du mir das glauben? Weil es... Am Anfang kommen sie ja immer alleine. voll. igan. Ich versuch's in... O rufe. B 345 H K오 rot. Ah, jetzt kommen die nächsten noch mit ran. Ah, jetzt können sie auch nicht mehr viele... Oh doch, jetzt kommen sie. Ja, das ist irgendwie ein bisschen taktischer. Ja, man merkt es, ne? Ich kriege mich ganz so auf Rügel, finde ich. Jetzt wird es wieder... BAM! BAM! Alle jetzt gleich wieder, ne? Ja, natürlich. BAM! Auf die Mütze geht das jetzt. Ein bisschen Penner. Das sieht jetzt mal besser aus. Buh! Und eine Runde! Jetzt hat er kein Geld mehr. Das ist schon mal gut. Das ist die letzte Runde hier. Aber in die großen wahrscheinlich. Ja, das denke ich mir auch. Ja? Warte mal. Jetzt ist es heute ausgegangen. Ich habe überall Schmerzen. Richtig rein, Mann! Ich kann mich hier bewegen. Nein, nein, nein! Ich kann mich hier! Er haut jetzt wahrscheinlich noch ab. Ja, natürlich. Lass mich rein! Wir hauen ab! Die zwei sind Monster! Egal, was ihr mit mir macht. Ich werde nichts erzählen. Bitte tut mir nicht weh! Ich erzähle alles, was ich weiß! Ich komme mit meinen Haufen Geld bekommen, um ihren Führer des Mädchens zu engagieren. Mehr weiß ich nicht! Ich spüre es! Wo sind wir hin? Wo wurde sie hingebracht? Ich weiß nicht, wohin sie wollen sind. Es tut mir nicht weh! Wir müssen ihnen folgen, bevor wir ihre Spur verlieren. Danke für das Auto-Teil hier oben. Betrachten Sie es als Anzahlung. Welches Auto? Ja sicher! Gute Nacht! Das ist doch geil! Denk mal nicht drüber! Nein, denk nicht mal dran! Ich fahre! Mein Gott! Verstotter! Das ist das geile Auto mit den Coo-Bornen. Bestimmt! Ja, geil!